Hallo Leute, hier ist der Umweltmensch und hiermit starte ich ein Projekt, in dem ich euch zeigen will, wie viel Müll achtlos in den Wald geworfen wird. Ich werde jeden Tag einen Stoffbeutel voll sammeln und ihn in einen öffentlichen Mülleimer entsorgen. Wenn ihr gut findet, was ich mache und ihr mich motivieren wollt und unterstützen, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke und einen Daumen hoch. Außerdem könnt ihr mir Grußwünsche in den Kommentaren schreiben. Und los geht's Leute. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis morgen!